... Er kann nicht rückwärts, oder? Er kann ja nicht so deswegen, Digga. Gut, dass du es so gemacht hast. Warte mal, ich kann doch nicht auf den Rucksack zugreifen. Ja, ja, hallo, hallo. Ich kann den gerade nicht callen, ne? Warum? Er hat direkt Waffe auf mich, ich war 16 Wurz. Er kann hinter ne Ecke gehen, oder so, und ihm sagen, er soll die Hände hochnehmen, oder? Ah, der hat gecallt. Ja, er hat mich direkt umgeschossen, Digga. Ist klar, Digga. Bei mir... Ich brauch drei Schuss mit Devin, ich treffe, Digga. Er braucht nur einen Schuss, wieder mal. Ist tot. Ja. Ah, hast den, nice, nice. Ja, Digga, dann knack einfach das scheiß Ding auf. Der hat 14 Kaffee-Pulver. Ruf'n Medic, Digga, schnell. Ruf'n Medic, Digga. Oho, der fuckt mich ab, Alter. Das ist LK, Alter. Ja, Lachskartell, Digga. Ich frag mal, ob KG vorbei. Ich kann nicht schreiben, ähm... Echt nicht? Nee, deswegen fuckt mich das ja auch so. Warum kannst du nicht schreiben? Nein, geht nicht, kann niemand, wenn er, äh, wenn du tot bist, Digga. LK, KG vorbei, ja. Müssen die darauf antworten, Digga? Keine Ahnung, Digga. Der hat ja gecallt, Digga, na? Ja, ja, er hat gecallt, du hast ihn umgeschossen. Oder es knallt, ist doch ne Todesdrohung. Ja, ja, klar. Ist ne Todesdrohung, Digga. Ihr fragt mal, ob KG vor... Kannst du das nochmal fragen, Digga? Geht das bitte nicht? Ich kann nicht schreiben, immer noch nichts. Während du tot bist, oder wie, oder? Ja, kann ich nicht schreiben. Ach, krass. Ich hab dem auf jeden Fall schon 14 Kaffeepulver abgezogen. Ja, easy, du hast ja auch noch Diedrich, Digga. Knack die Chase noch, Digga. Ja, ja, aber das ist schon der dritte jetzt abgebrochen, Mann. Hier kannst du mal ein Z-Inventar rausnehmen, Digga. Ja, gleich. Hast du Medic gerufen, ja, ne? Ja, ja. Sind ja drei Stück da. Hey, die müssten doch drauf antworten, oder nicht? Keine Ahnung, ob sie das müssen, Digga. Jetzt machen wir Schuss. Digga, der ist schon wieder abgebrochen, ne? Wow. Kann ich dich looten? Ich kann dich nicht looten, Digga. Okay, ah, jetzt. Das ist der Typ, der uns gestern da schon gecallt hat, der uns gestern weggeschossen hat, wer ist da? Wo wir den Tempest gesehen haben und den Tempest geknackt haben, erinnerst du dich? Hm? Den haben wir gerade weggeballert. So, jetzt habe ich Schlüssel. Boah, da sind 220 Kaffeebohnen noch drin. Los geht's! Los geht's!